Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Diablo 3. In der letzten Folge sind wir hinunter in dieses Spinnennest oder die Spinnenhöhle eigentlich, es ist ja nicht nur ein Nest. Und wir sind genau an dieser Stelle stehen geblieben. Schauen kurz, was wir da letztes Mal alles ergattert haben. Oh, oh, Intelligenz plus vier Erfahrung, die werden wir auf jeden Fall tragen. Macht es einen Unterschied? Ja, ein bisschen Unterschied, sieht man. Ja, doch, schaut anders aus, sehr nett. Und ja, was soll ich sagen, wir laufen weiter. Und ich habe das Gefühl, als wären wir hier richtig. Ah, viermal gestackt der Buff, sehr gut, sehr gut. Das bringt Damage, das bringt plus Damage, haha. So. Oh. Irgendwie wäre es noch nett, ich meine, der wird sicher Runen bekommen, der Buffs, wenn der die Dauer ein bisschen erhöht oder höher aufstackt. Aber tendenziell werde ich mich eher nicht so in, ausbalancierte Anbrust, werde ich mich eher nicht so in Gegner Horden hineinstellen. Ja, doch, die tauschen wir aus. Dann habt ihr auch mal ein bisschen mehr Damage. Damage. Na ja, ist das wirklich Raub, wenn der Besitzer keine Verwendung mehr dafür hat? Hahaha. Das ist jetzt eine tief moralische Frage, ja. Beantwortet mir das in den Kommentaren, bitte. Ist es Raub, wenn der Besitzer keine Verwendung mehr dafür hat? Soll man Messies einfach bestellen dürfen? Die haben ja auch für die Hälfte ihrer Dinge keine Verwendung. Nee, ernsthaft, das ist eine schwere Krankheit, keine Scherze drüber. Ähm. Geht's jetzt? Okay, das schaut allerdings jetzt glücklich. Meine Herren hat mich aufgenommen, kommt näher und spürt ihre Liebe voller Umarmung. Warum warst du so schnell? Oh. Wow. Letztlich jetzt sicher erster da wurde zerstört. Aber es geht weiter. Von gutem Riecher, wenn es um die Wegwahl geht. Kammer von Königin Arane. Und vermutlich wird es eine Spinne sein. Oder sich in eine Spinne verwandeln. Sieht aus, als wären wir hier drin nicht allein. Wie, nicht allein? Im Netz gefangen. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich, ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Ja, Arane. Nee, nee, nee. Beiß meine Hunde. Meine Hunde. Nein. Das wird meine Hunde beißen, verdammt. Wie sie ausweilen. Ja, aber jetzt. Jetzt haben wir es an einer Kussi. Oh. Position. Weg ist sie. Aber an denen kann man zumindest keinen Bug wieder aufladen. Ist ja auch nett. Oh. Da kommt wieder das Ding. Oh. Die Schattenweberin. Aha. Okay. Und wie sie halt immer auf mich geht. Wirklich. Ah, jetzt. Ja, nee. Jetzt rutscht sie auf mich. Ich hätte gehofft, sie beißt jetzt endlich meine Hunde. So. Weg ist sie wieder. Äh. Kurz neue Hunde. Wir haben einen verloren. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich wollte nur den Bug aufziehen. So. Oh. Go, 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 go. Oh, wie sie ausweicht. Bruder, es versucht sie nicht. Oh, das hat nicht funktioniert. So. Aber die schaffen wir. Definitiv. Die wird jetzt down gehen. Oder geht sie noch mal hoch? Nein. Die geht's auch. Ha. Oh, nice. Eine Pflokschleuder. Und Fellhandschuhe. Ähm. Sorry, Lady. Du musst kurz warten. Ich bin zu begeistert von den Items. Hihi. So, was haben wir hier? Äh. Ja, seltene Hand und Brust für Dämonenjäger. Die können wir vermutlich gar nicht verwenden. Aber die seltenen Handschuhe. Was haben wir denn hier? Line Intelligenz, 4 Vitalität, Geschicklichkeit, Angriffsgefänglichkeit erhöht. Mehr Gold von Gegnern. Mehr Gold von Gegnern, plus für Erfahrung. Aber sind sie organisiert? Ja, doch. Die bringt eigentlich durchwegs Verbesserungen. Und wir identifizieren die auch. Äh. Okay. Schaut nice aus. Komm, die Men. Nee. Ah, die Musik, die macht mich fertig. Giftlache. Schöpf die Giftlache. W-Warum? Ah, okay. Den Duder zu betreuern. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Und jetzt weiß ich auch, wer das ist. Leute. Das ist unsere Verzauberin. Wir haben beinahe ein Level Up. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leorix Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Äh. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kasra gestohlen. Daraufhin sind die Kasra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kasra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Okay. Ja. Der Stab, den holen wir uns. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich vermute, dass das unsere Verzauberin sein wird. Ja, es werden auch noch mehr Kultisten hier sein. Oh. Wow. Die Geister sind mir wohlgesonnen. Genau. Die ist mir sehr gelegen gekommen. Tollwütige Hunde. Ich wollte meine Hunde unbedingt verstärken. Was haben wir noch? Heimsuchung. Nice. So. Mal kurz schauen. Ja, Zombie-Hunde beschwören. Ich werde mir... Ne, ich lasse die definitiv auf denen. Ja. Darf ich bitte austauschen? Können nicht ausgetauscht werden, wenn sie sich noch in der Abfliegenzeit befinden. Okay. Und was haben wir hier? Heimsuchung. Ah, ja. Heimsuchung. Genau. Oh, und wir haben fixierende Umklammerungen nicht gewählt. Heimsuchung. Heimsuchung. Verwenden wir das? Ja, doch. Wir verwenden Heimsuchung. Und... Wir haben tollwütige Hunde. Der ihre Ziele vergiftet. Ja. I love it. Okay. Ach so, sie sind gestorben. Ja. Kein Problem. Mit Level 15. Gewinn für jeden geernteten Gegner Mana. Okay. Okay, okay. Was haben wir hier? Ah, die kommen erst später. Ich bin ja echt schon auf... Wo haben wir es? Heuschreckenplage. Ich stehe auf die Heuschreckenplage. Ich möchte die unbedingt haben. Ähm... Ne, das wird so witzig. Heimsuchung. Yeah. So. Was, mein Stiebeszinkling? Ach so. Nice. Ach so, unsere Hunde. Oh, in schönem, gesunden Grün. Wir kriegen jetzt noch das arme Gütesiegel drauf und dann können es echt als Bio-Ware verkauft werden. Ähm... Wohin? Hochlandkreuzung. Haben... Ach so, ist unser aktueller Aufenthalt. Wir müssen einfach weiterlaufen. Das ist der Trick dabei. Oh. Ja, die Motten, die sind jetzt eigentlich nicht so... Ops. Nicht so schlimm. Oh, ich finde das nice, dass die jetzt vergiften können, die Hunde. Was bist denn du? Dunkelmond-Clan-Shamane. Hehehe. Oh, und wie sie... Die vergifteten Monster, wie... Wie sie da liegen. Oh, wow. Waffe, ich bin. Ja. Viele. Schau, weg damit. Bam. So. Ähm... Neue Hunde. Das ist schön, dass man diese häufig... einfach neu beschweren kann. Das Schutzt. Was ist das? Sehr gut. Sehr gut. Wow. Was ist jetzt? Wenn die Sterben passiert auch was mit den Hunden? Oder sind das gegnerische Dinger? Wow. Ähm. Ich habe keine Sekunde an uns gezweifelt. Macht mir das Schaden? Ja. Doch, das macht mir Schaden. Also das ist nett. Kommt nicht von meinen... ...Hunden. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Auch haben wir nur gesagt, das ist so nett, dass man die Hunde so oft beschweren kann. Äh, es wäre nett, könnte man sie öfter... ...beschwören. Wie, nicht genug Platz. Alter. Komplett überladen schon wieder. Noch nicht bereit. Weg damit. Ah ja, so wäre es natürlich auch wieder mal gegangen. Heilbrunnen. Und... ...Runde raus. Ah, der Baum macht die. Dann kann man schon blüten. Ja, weg, bevor die aufplatzen. Tote Dorfbewohner. Gib mir dein Gold. Er hat ja keine Verwendung mehr dafür. Und wie wir gehört haben, ist es ja dann kein Liebstahl. Ich trage zu viel. Ja, genau. Wir tragen ja zu viel. Ah, und die müssen wir echt angewöhnen, dass ich... ...Heimsuchen verwende. So. Ah. Das bringt dann doch ziemlich viel Zusatzdamage. So. Wir könnten jetzt natürlich einfach dem Weg folgen, aber das wäre ja... ...zu einfach und langweilig. Aber meine Hunde verrecken immer nur zu schnell. Rechtsklick, um zu interagieren. Fortschicken. Okay. Warum... ...sollte ich meine Hunde fortschicken? Ich töte sie und hole mir neue. Oh. Ja, haha. Ja, mit Heimsuchen geht das schon richtig gut. Gut. Was ab vom Damage her. Und... ...ja, dieser Griff ist natürlich auch nice, weil es eben... Oh, weil es eben zu lecken Damage ist. Ich habe meinen Kopf gekratzt. Ich werde mir mitten in eine Windelbeste hineingelaufen. So, ähm, das Gold. Gold nehmen wir mit. Ich werde es dann auch mal beginnen, meinen Schmied zu trainieren. Weil, ich denke, der kann auch so jetzt für das laufende Spiel recht nützliche Ausrüstungsgegenstände herstellen. Oder hoffentlich. Und sonst müssen wir auf die Verzauberin warten. Was schade wäre. Also... Ich hätte natürlich schon gern schnell gute Ausrüstung. Wow. Ja, come on. What it? Okay. Ähm. Ja. Ich wollte es gerade sagen, das ist gemütlich. Genau das Gegenteil zu wegstoßen. Ich. Alter. So, dann fällen wir noch nicht hier. Ich habe eher einen Daumen. Geheilt. Und... Und... Du hast da raus. Irgendwas werfen weg, damit wir da die Lederkapuze aufnehmen können. Ähm. Unsere ist besser. Ah, und da oben geht es weiter. Eine verrottete Leiche. Die ansässigen Kasra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringenden Gebieten vor, in denen sie bislang nicht gesehen haben. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kasra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Ja, das ist nett. Da starb der Kasra. Oh. Ah, die werden auch kein Problem sein, weil Hunde beschweren. Und dann den Bug draufzuholen. Und... Bam, da geht er drauf. Glücksbringende Lederhandschuhe des Löwen. Okay. Ich werde mitnehmen. Äh, ne. Meines ist besser. Wow. Also der Schaden, der gefällt mir schon ganz gut. Aber ohne die Hunde wäre ich komplett aufgeschmissen. Also ganz ehrlich. Ohne die wird... Den Stab hätten sie aber auch selbst holen können. Ernsthaft. Ja, der Stab ist unser. Ja, da kann ich den Bug draufzuholen. Sehr nice. Ja, und bevor die Hunde übertöten... Ich kann ja alles abschlachten. Haha. Oh. Oh. Oh, ich kann nur hochschießen. Ist gut. Heimsuchung kurz verteilen. Sehr schön, sehr schön. Oh, wo schieb ich denn hin? So. Bam. Wir nehmen uns auch wieder neue Hunde. Oh. What the... Fallen, oder wie jetzt? Achso. Ähm. Ich habe mir vorher gesagt, wir werden die Erfahnen überleben. Ja. Haha. Ein totes Tier. Oh. Verkraben sie sie da in... 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 in der Erde? Eigenartige Tiere, Menschen, Tiere, was auch immer. Ziehen. Braucht mehr Zeit. Oh. Ich habe das Ding da drüben. Alles kalt. Noch nicht bereit. Deine Hunde sterben so schnell. Ich meine, es ist nicht wirklich ein Problem. Ich schaffe es auch alleine, wenn wir ein bisschen laufen und so. Aber... ein bisschen länger könnten die schon leben. Oh, was ist da oben? Oh. Locker. Unversaut. Braucht keiner. Ja, guck mal. Ja, wir müssen blocken, ist ziemlich witzig. Wow. Fick irgendeine. Aber fackig. Und wieder mehr Schaden machen. Wow. Meine Kraft kehrt zurück. Ja, schön. Na toll. Muss ich da durchlaufen? Wie viel für die Dinger haben. Liegt da nicht nur zwei... Ja, genau. Da liegt ja noch was blaues rum. Und das macht sogar mehr Damage. Als unseres. Ähm. Hm. Ich denke, das werde ich anlegen. Irgendwas muss ich wegwerfen, weil es nicht gleich am Lauf ist. Oh, ha, ha, ha. Okay, ähm. Man greift auf jeden Fall langsam an. Aber... Macht auch mehr Farb. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob mir die umfallenden Bounce-Anhöder überhaupt Schaden machen. Ähm. Ja. Da geht er drauf. Braucht mehr Zeit. Oh Gott. 60 Sekunden abklingt. Da hinten, da hat er wieder einen Baum entwürtelt. Ja, Freund. Du erreichst uns nicht. Wegpunkt. Sehr gut, sehr gut. Ähm. Ja, und an diesem Wegpunkt wird es jetzt auch Zeit, die aktuelle Folge zu beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal dann genau an diesem Wegpunkt wieder. Also. Ciao, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Diablo 3.